Aufgrund der hohen Massen und Presskräfte bewirken Großpackenpressen Schwingungen, welche die Traktorkabine zu unangenehm starken Nickbewegungen anregen. Das Baylor Control System für den T7 Traktor lässt sich per Tastendruck aktivieren und gleicht die Schwingungen aus. Für die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit des Traktorfahrers bedeutet diese eine erhebliche Entlastung. Da das System ausschließlich am Traktor selbst wirkt, ist es auch mit Pressen anderer Hersteller kompatibel. Für die zur aktiven Schwingungsreduktion der Traktorkabine entwickelte Technik wurde CNH Industrial Deutschland mit dem Innovation Award Architechniker 2019 in Silber ausgezeichnet. Vielen Dank. Vielen Dank.